so und damit immer wieder bei einer kleinen Runde Minecraft dieses Mal mit diesem schönen LB-Fotorealismus-Pack ich versuche dann mal ein bisschen die Abwechslung abwechslungsreicher zu gestalten was haben wir ich bin mir nicht ganz sicher geht es hier oben noch irgendwo hin ein bisschen Eisen da oben geht es auch schon wieder raus das ist gar nicht so tief die Höhle um so was haben wir hier eben sehr gleich rauskommen eigentlich also und die Oberfläche ja da hat schon mal wieder recht also wo kommen wir denn hier genauerweise aus? so oh man also wie könnten wir hier am besten das ist einfach weg machen in einem Waldgebiet wo ähhhhh epischer Fail was ist denn das? hä? also sowas hab ich schon nicht gesehen naja egal halla wir kriegen da noch 29 Eisenerz ähm ja ich glaub jetzt was jetzt ach nee hier unten jetzt auch noch ach ne hier unten jetzt auch noch ah ok war das war schon so na ok das war ja so spektakulär aber ich würde mal sagen hier eigentlich so viel ist hier auch nicht mehr aber mich würde mal interessieren wie ich weiß wie hier rauskommt aber wie sind wir denn hier reingekommen? ich meine wir wären doch von hier irgendwie gekommen weil hier waren oben waren wir ja auch schon hier habe ich irgendwie Kohle abgebaut oder so in der Art wir sind irgend wir sind doch irgendwie hä? naja entweder ich muss immer nochmal die anderen alten Folgen angucken oder ich weiß nicht also auf jeden Fall hier mal in Sicherheit bringen Fahrt in Erde, Zaun Pilze und das hier naja also in dieser Mine geht's auch nicht mehr weiter ich habe das man, 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 man man muss das erst ein bisschen regelmäßiger spielen Kohle oh man aber ein bisschen was abbauen geht ja immer also also und auch wieder ein bisschen Eisen und auch wieder ein bisschen viel so da war nichts mehr nö und hier unten und wir haben wieder mal keine Fackeln 2 3 4 5 6 7 und 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 da oben sehe ich Gold und und da muss dann irgendwo Lava sein wieso ist das hier so hell da ist noch ein Stein da ist noch ein Stein haben wir geschafft woher kommt jetzt dieser Fluss woher kommt jetzt dieser Fluss ich möchte mal nämlich ah alter das ist ja mal tricky hier und anders wieder also jetzt habe ich mir wieder mal eine Zwickmühle mit gerade die Fisch so okay und jetzt habe ich mir wieder mal eine Zwickmühle und jetzt würde ich nochmal sagen weil wenn ich es hier garan tsch ah müssen wir uns halt hochbauen ne hochbauen hochgraben meine ich so mir ist das irgendwie zu squishy hier oh man ich habe schon wieder gedacht ja vielleicht bin ich ja ein bisschen zu sicher bei solchen Sachen aber man kann es ja nicht wissen Buch was weiß ich wo das noch ein 17 über reagiert das Ding naja dann würde ich sagen was das hier auch mal schon wieder mit dieser Einfolge heute ein bisschen kürzer war ich heute noch ein bisschen was aufnehmen muss mehr aufnehmen muss da würde man sagen bis zur nächsten Folge von Minecraft bis dahin tschüss